Musik Herzlich Willkommen liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind beim aktuellen FHM Regionalmagazin. Ich bin heute hier an der Talsperre Malta, das hat natürlich einen Grund, denn ab sofort sind die Freibäder wieder geöffnet, das heißt der Badespaß hier in Malta-Peisdorf und in Seifersdorf, dem steht nichts mehr im Wege und auch der Tret- und Ruderbootverleih hat wieder geöffnet. So, dann freuen wir uns schon auf die erste große Party hier an der Malta und das wird am 4. Juni sein, die Pfingstparty mit DJ Alex, 19 Uhr geht's los und dann warten wir natürlich auf Malta in Flammen Anfang Juli. So, und jetzt machen wir einen kleinen Ortswechsel, denn ich habe noch eine Veranstaltungsempfehlung für Sie. Ja, endlich ist es wieder soweit, Dipoldeswalde darf Stadtfest feiern nach zwei Jahren Abstinenz, ist wieder richtig Stimmung in der Stadt und neben mir steht nochmal Dirk Massi vom Kulturraum und Brauchtumspflege e.V., der das Ganze organisiert hat. Dirk, zwei Fragen noch ganz wichtig, zum einen die Frage nach den Parkplätzen und die andere natürlich nach dem Eintritt. Ja, also ich fange mit der zweiten Frage an. Das kostet natürlich keinen Eintritt. Das haben wir uns als Verein auf der Fahne geschrieben, als wir die Stadtfeste übernommen haben. Unsere Stadtfeste werden ohne Eintritt. Seit die 800 Jahre frei war es sicherlich eine Ausnahme, da ging es nicht anders, aber es wird keinen Eintritt kosten. Und jetzt zu den Parkplätzen, wichtig, der Markt selber ist ja komplett gesperrt, weil genau dort die Festveranstaltung stattfindet. Aber der Parkplatz vor den Parkzillen wird komplett frei sein, ab Montag kostenlos. Und übers Wochenende stehen uns auch die Parkplätze kostenlos des Landratsamtes und auf der Weißratsstraße zur Verfügung. Also es ist, denke ich mal, genug Platz und kostet auch nichts. Natürlich noch eine kleine Frage für alle diejenigen, die Fahrgeschäfte lieben. Haben wir ja auch schon lange Zeit nichts erlebt hier in der Stadt. Was würde denn da sein? Ja, wir haben also die Schaustellerfamilie Schmidt wieder am Start. Sie sind bekannt dafür, dass sie jedes Mal was Neues mitbringen. Die haben ja auch noch nie verraten, was für eine neue Attraktion dieses Jahr dabei sein wird. Aber es wird auf alle Fälle die komplette Böhmenswiese mit den Schaustellern besetzt sein. Aber auch bei den Schaustellern gibt es natürlich Essen und Trinken. Auch das muss man wissen. Also nicht, dass man jetzt denkt, dort gibt es nichts und man muss dann jedes Mal vom Markt hoch runter. Es gibt auf allen Festteilen Essen und Trinken in Hülle und Fülle. Und die Einzelheiten, alles das, was stattfindet, die Bands, die Veranstaltungen, findet man hier. Wir haben beide einen im Stadtfestfeier. Da liegt er mittlerweile überall aus, kann sich jeder informieren. Darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Aber wir freuen uns, würde ich sagen, auf dieses Stadtfest. Und das Wetter soll ja auch, glaube ich, gar nicht ganz schlecht sein. Selbstverständlich. Das Wetter ist natürlich im Plan. Es ist schon bei der Behörde mit eingereicht als Antrag. Die Anträge sind übrigens alle notwendig. Es sind um die 15 Anträge, bloß, dass ihr ungefähr eine Vorstellung habt, was so ein Fest in die Poldeswalde in der Größe für einen Aufwand macht. Dort steht es mit drin. Es ist genehmigt. Also gehen wir davon aus, dass das Wetter schön wird. Und kürzlich jetzt, letzten Mittwoch, ist nochmal entschieden worden im Stadtrat, alle Stadträte haben sich dafür ausgesprochen, dass es einen verkaufsoffenen Sonntag geben wird. Also wer noch nebenbei bummeln möchte, Einkauf so machen möchte, der Sonntag und der Sonntag natürlich auch, ist geöffnet. Okay, also es wird ein tolles Wochenende hier an die Poldeswalde. Und wir wollen nochmal ganz einfach kurz sagen, auch der Himmelfahrtstag, da ist schon was los in Dipps. Also wenn die Männer unterwegs sind, vielleicht auch mit ihren Frauen, ich weiß es nicht, auch da gibt es schon was zu essen und zu trinken. Ganz kurz noch da drauf eingehen. Ja, die Stände stehen ja nun am Donnerstag schon da. Und da haben wir uns gesagt, wenn der Feiertag da ist, dann machen wir auch die Stände auf, logischerweise. Es wird ein kleiner, wir nennen es Familientag. Wichtig wäre an dem Tag um 15 Uhr. Es gab ja einen Mahl- und Zeichenwettbewerb im Vorfeld und die Gewinner des Mahl- und Zeichenwettbewerbs wird die Frau Körner und ich am Donnerstag 15 Uhr auf dem Marktplatz präsentieren und natürlich eine Überraschung übergeben. Okay, also nochmal Einladung zum Dippser Stadtfest vom 27. bis zum 29. Mai. Und dann ist es mir noch ein großes Bedürfnis, nochmal den Nachtwächter in Erwähnung zu rufen. Der Eckhard Böhm, der hat da mit diesen kleinen Clips auch für Furore gesorgt. Es ist wirklich ein lustiger Geselle und zum Schluss dieser kleinen Einladung für das Stadtfest lassen wir ihn einfach nochmal zu Wort kommen, oder? Das denke ich auch und das war so eine geile Idee. Also das sollte man wieder mal machen. So mein lieber Nachtwächter, jetzt bist du nochmal dran und danach gibt es die Auflösung unserer Wo-bin-ich-Frage, also unbedingt dranbleiben. Dazwischen haben wir natürlich noch ein bisschen Werbung und auch noch ein bisschen Wahlwerbung für die anstehenden Wahlen. Also dranbleiben ist ganz wichtig und danke dir Dirk. Danke Matthias. Ah, na ihr werdet mich nie losklicken. Auf ihr lieben Leute. Eins möchte ich euch nämlich nochmal fix ans Herz legen. Vom 27. bis 29. Mai. Remi Demi auf dem Marktplatz. Na und auf Bames Wiese unten ist der Rummel. Und wer es genau wissen will, mittlerweile sind ja die schönen Programmflyer schon im Umlauf. Da kann sich dort informieren. Naja, wenn er lesen kann. Ich meine, wer nicht lesen kann, sind ja auch kleine bunte Bilder schon mit dabei. Da könnt ihr euch informieren, was auf der Festbühne so alles passieren soll. Naja, das wollte ich euch bloß nochmal mit ans Herz legen. Dankeschön. Wir sehen uns. Ja, ja. Geschichten aus der Stadt und Bärenapotheke Freital mit Professor Tatze. Ah, vom Milchzahndöschen bis hin zu den Dritten und für die Zeit dazwischen Zahnpflegeprodukte. Gut, dass es eine Apotheke gibt. Bitte bleiben Sie gesund. Das wünscht Ihnen Ihr Professor Tatze von der Stadt und Bärenapotheke. Herzlich willkommen in Ihren Expert-Fachmärkten in Freital und Pirna. TV und Audio, Computer und Zubehör, Foto und Video, Telekom und Navigation, Haushalt und Küche, Gesundheit und Körperpflege, Film und Musik, Gaming und Spielwaren und natürlich den besten Service für unsere Kunden. Herzlich willkommen bei Expert in Freital und Pirna. Hey, da sind wir endlich wieder. Auf dem Festplatz an der Ruine in Ruppendorf wird bald wieder gefeiert. Am Wochenende nach Himmelfahrt findet unser großes Dorffest statt. Ja, unser großes Highlight wird am Samstag sein. Hier auf dieser Bühne, die ihr jetzt noch nicht seht, wird die Tune Buggy Band aus Italien extra für euch anreisen und die besten bei Spencer Terence Hill, die da performen. 2009 gegründet, haben die Jungs schon beim Spencer Hill Festival in Lomac gespielt, in Templin, überall schon vor 7000 Leuten. Man sieht, ob wir auch so viel bekommen und freuen uns, dass ihr alle dabei seid und wir euch an dem Wochenende sehen. Genau, wir freuen uns auf euch, bringt gutes Wetter mit und kommt vorbei in Ruppendorf. Wahlwerbung für die Oberbürgermeisterwahl in Freital und die Landratswahl am 12. Juni. FRM ist zur Ausstrahlung verpflichtet. Für den Inhalt sind die Kandidaten verantwortlich. Liebe Freitalerinnen, liebe Freitaler, am 12.06. ist Oberbürgermeisterwahl. Da bestimmen Sie, wo es die nächsten sieben Jahre lang geht. Kitas, Schulen, Feuerwehr, Straßen. Das ist alles etwas, was jeder Bürgermeister auf dem Schirm haben muss. Aber ich möchte mit Ihnen zusammen mehr erreichen. Ein Freital, das zusammenwächst. Stichwort Umgehungsstraße. Stichwort Bürgerhaus. Ein Freital, das an Wirtschaftskraft wächst. Stichwort aktive Ansiedlungspolitik. Fürsorge für die, die als Wirtschaftsakteure schon da sind und Energiesicherheit. Und als letztes und wichtiges ein Freital für alle. Stichpunkte Lust machen auf mehr. Stichpunkt Jugendstadtrat und Projekte, die ein wertschätzendes Miteinander von Senioren und Jugend bringen. Wenn Sie das alles wollen, dann treffen Sie am 12.06. die beste Wahl für Freital, Peter Weinholz. Neues Stadtzentrum, attraktives Wohnumfeld. Rumberg macht das. Zuverlässige Politik, unabhängige Entscheidungen. Ich mache das. Jeden Morgen dieselbe Tat. Die Familie steigt ins Hamsterrad. Das Proto-Sozialprodukt zu erbringen. Selten Zeit für schöne Dinge. Da hilft nicht jammern, sondern ändern. Wir fördern Familien und wollen nicht gendern. Familien entlasten mit Verstand. Nur sie sichern unseren Fortbestand. Drum setzt das Kreuz mit sicherer Hand. Macher mit Rückgrat braucht das Land. Guten Tag. Mein Name ist Sievo Teichmann. Ich komme aus Königstein, bin hier im Landkreis Sächsische Schweiz aus Erzgebirge, seit meiner Kindheit aufgewachsen. Wir wählen am 12. Juni einen neuen Landrat im Landkreis. Ich bin hier Landratskandidat für den Landkreis Sächsische Schweiz aus Erzgebirge und als man mich gefragt hat, ob ich denn bereit bin zu kandidieren, habe ich mich sehr gern dafür bereit erklärt. Warum habe ich das? Als Landtagsabgeordneter bin ich seit 2019 von Ihnen gewählt, bereits für die Region aktiv tätig. Aber ich denke und ich bin davon überzeugt, dass ich als Landrat in der Entscheidungsebene, in der Entscheidungsfunktion als Landrat, als Behördenleiter des Landratsamtes Sächsische Schweiz aus Erzgebirge noch viel mehr für Sie, für die Bürger und Unternehmen, für die Wirtschaft insgesamt bewegen kann. Ich habe öffentliche Verwaltung von der PIK auf gelernt. Ich habe erst Verwaltungsschule besucht, abgeschlossen und dann später Verwaltung und Recht studiert und als Diplomverwaltungswirt auch erfolgreich abgeschlossen. Ich denke, dass eine fundierte Ausbildung für eine solche Tätigkeit sehr wichtig und entscheidend ist. Aber ich habe auch über 30 Jahre kommunalpolitische Erfahrung, egal ob als Gemeinderat, Stadtrat oder eben auch als Kreisrat. Ich kenne die Belange, die Probleme im Landkreis. Insoweit weiß ich auch, auf was ich mich einlasse. Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam im Landkreis wieder Schwung reinbringen, eine Menge bewegen können, die Bürokratie hier im Landkreis insgesamt abbauen und dafür wieder mehr Investitionen im Landkreis tätigen können. Dazu bedarf es einer qualifizierten, modern aufgestellten Verwaltung, einer Dienstleistungsbehörde im wahrsten Sinne. Das wird einer meiner Haupttätigkeiten, meiner Hauptaugenmerke hier in der Landkreisverwaltung sein. Da bitte ich Sie dringend um Ihre Unterstützung. Wir haben die Chance, nach 32 Jahren CDU-Vorherrschaft im Landkreis einen Wechsel zu vollziehen, am 12. Juni hier einen neuen Landrat zu wählen. Ich denke, das tut uns allen gut. Wahlwerbung für die Oberbürgermeisterwahl in Freital und die Landratswahl am 12. Juni. FRM ist zur Ausstrahlung verpflichtet. Für den Inhalt sind die Kandidaten verantwortlich. Herzlich Willkommen bei Wo Bin Ich? Dem regionalen Radespaß bei FRM TV. Exklusiv präsentiert vom Hyundai Autohaus die Poltiswalde. Wir freuen uns Ihnen in diesem Jahr die Sendung Wo Bin Ich? präsentieren zu dürfen. Freuen Sie sich auf vier schöne Fahrzeuge und vier schöne Orte in unserer Region. Ja, liebe Zuschauer, heute gibt es die Auflösung der Wo Bin Ich? Frage von letzter Woche und ich habe mich schon eine ganze Woche auf diesen Wagen hier gefreut, den ich letzte Woche mal ganz kurz antesten durfte. Aber heute wird es ernst. Das ist der I30N Performance und es gibt viele technische Raffinessen in diesem Fahrzeug. Aus diesem Grund habe ich hier einen David noch mal mit reingeholt. Ich habe gesehen, es gibt fünf verschiedene Modi, die man einstellen kann. So sieht es aus. Einer davon ist der N-Modus. Genau, wir haben einmal den N-Modus. Da ist alles voll auf Sport. Fahrwerk, Brett, Hart, Motor geht los wie Sau. Und dann gibt es noch den N-Custom-Modus und da kannst du wirklich einstellen, das Auto so einstellen, wie du es gerne hättest. Dann gehen wir jetzt einfach mal rein, gehen wir rüber und gehen hier auf den N-Modus, hier auf Custom und dann kannst du hier wirklich jede einzelne Option dir so einstellen, wie du es gerne hättest. Zum Beispiel, wir gucken mal, wo die Aufhängung, die machen wir jetzt mal rückenschonend auf etwas weicher. Motor lassen wir auf Sport Plus, Auspuff lassen wir auf Sport Plus, Lenkung auch ein bisschen weicher und dann bist du bestens gerüstet. Jetzt aber, muss man ja Fachmann sein, automobiler Fachmann oder ist das hier eine kurze Einweisung, mal zwei Stunden und dann kriegt man das auch hin? Das kriegt jeder hin, der da Lust drauf hat. Man muss es ja auch nutzen. Und wir erklären es natürlich auch ausführlich. Und ihr erklärt, deswegen seid ihr ja ein Autohaus. Richtig, professionelle Beratung. Krasse Sache. Super. Also ich bin gespannt, wie mir das Auto gefällt. Wir sind ja das letzte Mal elektrisch gefahren. Jetzt nicht. Dieses Mal nun die volle Power 200 und wie viel? 80. 80 PS. Ich muss mich anschnallen, Sonnenbrille aufsetzen und dann geht es ab. Und Attacke. Richtung unseres heutigen Zieles. Dort erfahren Sie dann die richtige Auflösung natürlich. Und auf dieser Strecke gibt es jetzt halt den i30 N Performance für Sie zum Testen. Ich versuche mein Bestes. Du steigst wieder aus. Du machst ihn nicht kaputt. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Viel Spaß. Danke für die Einweisung und bis dann. Tschüss. Der Hyundai i30 N ist ohne Zweifel eine Fahrspaßmaschine vom Feinsten. Das überarbeitete Design mit größerem Grill und coolen Details rundum setzt seine gesteigerte Performance stimmig in Szene. Angespurnt vom enthusiastischen Feedback aus der N-Community haben die Hyundai-Ingenieure alles daran gesetzt, den i30 N weiter zu verbessern. Das Resultat? Optimiertes Handling, noch mehr Leistung und das neue 8-Gang-ölgekühlte Doppelkupplungsgetriebe, das die Motorpower druckvoll auf die Straße bringt. Der i30 N wurde für ambitionierte Fahrer geschaffen. Die Technik und Ergonomie seiner Bedienelemente lassen Mensch und Maschine zur Einheit werden. Ein Vollblutsportler durch und durch war er schon immer. Jetzt hat Hyundai das Design des i30 N noch einmal geschärft. Fürs Auge, klar, aber auch für die Performance. Details wie die großen Lufteinlässe der Frontschürze oder die besonders leichten 19 Zoll Schmiederäder helfen Leistung und Handling zu verbessern. Für noch mehr Fahrspaß. Ja, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung der Hyundai i30 N Performance, das ist ein Kraftpaket, das ist der blanke Wahnsinn. Das ist nichts für Weicheier, hier muss man schon ein bisschen Lust aufs Auto fahren haben. 6-Gang-Schaltgetriebe oder wahlweise 8-Gang-Automatik. 280 PS stehen zur Verfügung. Es gibt verschiedene Fahrmodi, die man einstellen kann, um das Fahrzeug wirklich zu beherrschen. Und dann hat man auch alles hier auf dem Display und jetzt sind wir hier auf einer geraden Strecke. Und jetzt lasse ich den Hirsch mal rühren und vor allem der Sound, der sei erwähnt. Da ist der Hirsch in der brümpften Anfänger. Wahnsinn, der i30 N Performance bremst. Oh, das ist ein Wahnsinn. So, liebe Zuschauer, jetzt sind wir am Ort angekommen. Die Frage war natürlich ein bisschen kompliziert, aber wer lesen kann, war klar von Vorteil. Wir haben das ja in der Frage schon gezeigt. Es ist natürlich die Herklotzmühle und der Urenkel des Besitzers, Stefan Herklotz, hat sich die Zeit genommen, uns heute mal kurz dieses technische Denkmal zu zeigen. Genau. Dieses Säge-Museum? Säge-Werksmuseum Herklotzmühle. Glück zu, ist der Gruß der Müller, also begrüße ich dich auch heute einmal. Also Glück zu. Glück zu, genau. Genau. Wir wollen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern natürlich zeigen, was man hier drin sehen kann. Wir wissen, am 6. Juni ist der Mühlentag, da wird wieder viel los sein. Und da kann man das Ganze auch mal von innen betrachten, aber das machen wir jetzt schon mal für unsere Zuschauer so. Na klar. Machst du mir eine kleine Privatführung? Gehen wir mal rein. Dann gehen wir rein, okay. Und zwar ist die Ersterwähnung einer Mühle an diesem Ort im Tal der Weiseritz von 1588. Das ist die sogenannte Öderische Karte und das ist eine der ersten Karten, die überhaupt in Deutschland gezeichnet wurde. Da hat damals der König Christian seine Landvermesser herausgeschickt ins Erzgebirge und überall kartiert. Und hat dann an dieser Stelle schon einen Punkt gemacht und herangeschrieben Mühlig. Das heißt also seit mindestens 1588 steht an dieser Stelle schon hier eine Mühle. War das immer eine Sägemühle oder wurde da auch mal was anderes verarbeitet? Natürlich haben wir jetzt keine Unterlagen von 1588. So viel ist bekannt, dass bevor mein Urgroßvater diese Mühle 1925 gekauft hat, gehörte die einem Oskar Nitsche. Und mein Urgroßvater hat die dann 1925 von seiner Witwe gekauft und ist dann hier mit seiner Familie eingezogen. Und mein Großvater ist hinter dem Mühlrad 1927 geboren worden. So, jetzt gehen wir ein Stück weiter. Hier steht, ist das ein Sägegatter? Also ich bin jetzt auch ein Laie, muss ich sagen. Genau, das ist unser Sägegatter. Und das ist alles noch in Aktion zu sehen? Das ist am Mühlentag in Aktion zu sehen und natürlich zu Führungen, die man gerne hier bei uns buchen, voranmelden kann. Zum Mühlentag ist das natürlich alles in Aktion zu sehen. Das Schöne ist, wir können hier mit reiner Wasserkraft Holzstämme schneiden. Also ihr nehmt das Wasser der Weißeritz? So sauber, wie es hier vorbeigeflossen kommt. Das fließt über unser Mühlrad hinweg, treibt das Sägegatter an und dann werden hier Holzstämme geschnitten. Also seid ihr quasi autark, theoretisch. Hochmodern sozusagen. Es ist ja wieder innen, also alles unter einer Glocke. Wir brauchen jemanden von außen. Natürlich sind das alte Maschinen und nach heutigen Maßgaben kann man hier natürlich nicht produktiv irgendwas herstellen und arbeiten. Also es dient nur zu Museumszwecken. Aber es ist schön, wenn Schulklassen hierher kommen und interessierte Besucher und sich das mal anschauen, wie hier aus Holzstämmbretter hergestellt werden. Und das ist möglich zum Mühlentag oder auch sonst? Kann man Führungen buchen oder wie kommt man hier rein? Genau. Also von April bis Oktober, jeden ersten Samstag im Monat, haben wir hier von unserem Verein immer unsere Arbeitseinsätze. Ist ja auch immer wichtig, so ein altes Denkmal da zu erhalten. Und da ist immer jemand da. Zwischen 9 und 14 Uhr kann man spontan vorbeikommen. Und dann halt zu den hauptsächlichen Tagen, das ist natürlich der Deutsche Mühlentag, immer am Pfingstmontag. Und dann sind wir Teilnehmer am Tag des Offenen Denkmals. Das Puppentheaterfest, da sind wir ein Austragungsort davon. Und da kann man sich am besten auf unserer Internetseite informieren, wann da die öffentlichen Termine sind und wann uns hier besuchen kann. Ja, ein bisschen was würde ich gerne noch zeigen, den Zuschauern. Gerne. Wo können wir noch hingehen? Was ist so ein bisschen spektakulär? Spektakulär, wo sich was dreht? Ja, oder auch gerade, es gibt ja viele Leute, die sehen das Möbelstück im Möbelhaus und wissen gar nicht, wie Holz verarbeitet wird. Dass man dann als ein Baum ein Brett machen muss. Genau, genau. Also wir haben hier ein paar Maschinen, die gehören eigentlich nicht ursprünglich zur Herklotzmühle. Die könnt ihr euch jetzt mal zeigen, dass man versteht und sieht, wie eine Transmission funktioniert. Wir können aber auch eins machen, das ist vielleicht ein bisschen interessanter, wenn wir runter in das Herzstück der Mühle gehen, nämlich in die Transmission. Okay, also Transmission, das ist die Übertragung der Kraft von der Welle auf die einzelnen Maschinen über Bänder. Super. Da muss ich gar nichts erklären, Herr, zusätzlich. Gut, gehen wir runter? Gehen wir runter. Okay. So, also jetzt sind wir hier unten im, sag ich mal, Keller. Und das ist natürlich eine Sache, also da gehen mal die Augen rüber, so was zu sehen, wie früher das alles funktionierte. Es ist schon wahnsinnig. Und das funktioniert immer noch. Es funktioniert immer noch und vielleicht, wenn der Mühlengeist hier einen kleinen Schub gibt, werden wir das gleich erleben, dass das Wasser eine kleine Unwucht bringt ins Wasserrad und dass sich das hier gleich nochmal bewegt. Wir befinden uns also jetzt hier im Herzstück, im Herzstück der Mühle, besser konnte es jetzt natürlich nicht sein. Der Mühlengeist, unser alter Sog, hat uns erhört und treibt jetzt mal ein bisschen was an, dass sich was bewegt hier. Also wir befinden uns im Herzstück der Mühle. Dieser Teil der Mühle steht tatsächlich unter Denkmalschutz. Das ist die wassertechnische Anlage der Herklotzmühle. Und hier wird die Kraft, die durch das Wasser erzeugt wird, und da draußen kann man so sehen, das Wasserrad wird in Bewegung gebracht. Die Kraft wird übertragen auf die verschiedenen Zahnräder, sodass wir dann hier oben unsere Sägekarte entsprechend antreiben können. Also man könnte ja auch Strom erzeugen, also könnte man wirklich ganz theoretisch, ja. Praktisch ist es natürlich so, dass es eine alte Anlage ist und dass sich so nicht rentiert ohne größere Investitionen. Aber ich weiß nicht, ob ich das richtig gelesen habe, aber irgendwie in den 50er Jahren ist ja überhaupt der Strom hergekommen, oder? Richtig, genau. Also bis in die 50er Jahre war das die einzige Energiequelle. Und im Wohnhaus drüben, was 1929 gebaut wurde, gab es erst gar keinen Strom. Das wurde so gemacht, dass sozusagen der Strom kostenlos war. Der Lichtriemen war immer drauf abends, wurde vom Treibriemen, der die Geräte angetrieben hat, auf den Lichtriemen umgeschalten. Und damit wurde im Wohnhaus dann Licht erzeugt. Das einzige Problem natürlich, wenn es wasserknapp wird. Wenn es wasserknapp wird, genau. Das ist aber selten, aber es ist früher viel öfter vorgekommen. Deswegen wurden ja in Weißeritz-Tal die vielen Talsperren gebaut, unter anderem auch die Malter damals. Okay, ich würde sagen, wir gehen wieder hoch. Genau, so machen wir es. Oder ans Wasserrad vielleicht noch mal. Ans Wasserrad, genau. Und dann gucken wir mal, was wir noch zu berichten haben. So machen wir es. Jetzt wird der sogenannte Schützen gehoben und man sieht, wie das Wasser aufs Wasserrad fällt. Und damit die Kraft vom Wasser aufs Wasserrad überfragen wird und damit auf die Transmission und auf unsere Maschinen. Das ist doch ein herrliches Bild, oder? Und das ist auch ein Blick, den man sehr selten hat. Weil meistens läuft das Wasserrad da drüber. Und wenn man hier oben steht und hier drauf guckt, sieht das Wasserrad ziemlich klein aus. Das ist aber ungefähr 2,20 Meter breit und 4,50 Meter im Burschmesser. Gewicht ist ca. 6 bis 8 Tonnen. Als wir das 2017 eingebaut haben, ich bin ja auch nicht der Kleinste, habe ich da unten drin mitgestanden. Und wenn man dann für so ein 4,50 Meter Wasserrad steht, kommt man sich schon ziemlich klein an. Wie lange wird das, wenn die behalten, so ein Wasserrad? Wieder 100 Jahre? Also ich bin ehrlich, ich hoffe, dass es mich aushält. Das vorhergehende war aus Fichtenholz und hat 68 Jahre gehalten. Normalerweise früher hat man immer so gesagt 30 Jahre. Dann sind aber, dann waren die in Betrieb. Wir haben ja nur einen Museumsbetrieb und wir gehen schon davon aus, dass es länger hält. Das ist jetzt aus Lärchenholz. Ist also für den Holzbau geeignet oder im Wasserbau geeignet, das bessere Holz, weil es einen höheren Harzanteil hat. So, also eins kann man auf jeden Fall sagen, es ist sauidyllisch. Schön hier an der Herklotzmühle in diesem wunderschönen Weißeretz-Tal. Der Mühlgraben plätschert an uns vorbei und hinten kann man sich oder erahnen, wie vor hunderten von Jahren die Leute gearbeitet haben. Und das Tolle ist, dass man das heute wirklich noch erlebbar macht durch euren Verein. Also erstmal vielen Dank und für die Zuschauer natürlich die Empfehlung der 6. Juni, der Pfingstmontag. Pfingstmontag, immer Pfingstmontag. Und unsere Tore öffnen sich bereits um 10. Da haben wir einen Regionalgottesdienst und ab um 11 geht das volle Programm von unserem Mühlentag los. Es wird also für Speis und Trank gesorgt sein. Es gibt Livemusik. Man braucht sich nie anmelden, man kann einfach herkommen. Man kann einfach herkommen. Wir freuen uns über jeden Besucher. Wir brauchen auch diese Einnahmen. Das ist ganz wichtig, damit wir dieses Kleinod, dieses technische Kleinod hier weiter erhalten können. Ihr habt ja auch zwei Jahre auf den Mühlentag verzichtet. Richtig. Nicht ganz verzichtet. Wir haben ein bisschen was Kleines gemacht. Aber das reicht natürlich nicht, um auf die Kosten zu kommen. Gut, jetzt wollen natürlich die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, wer gewonnen hat. Also den Hoodie vom Dipser Autohaus, wer den gewonnen hat, das sehen Sie jetzt gerade eingeblendet. Und dann haben wir natürlich auch noch hier einen kleinen Preis. Was wird es sein? Genau. Der Gewinner von uns, der das rausgekommen hat, der bekommt eine Kamingeschichte vom Mühlengeist. Also ein kleines Büchlein, was hier in der Corona-Zeit entstanden ist, weil wir zusehen mussten, dass wir auf ein paar Einnahmen kommen. Und da hat sich ein Vereinsmitglied, die Elke Zichner, bereit erklärt und schreibt kleine Geschichten, die sich um die Historie der Herklotzmühle drehen. Und das ist Teil 1. Es wird noch mindestens Teil 2 und Teil 3 geben. Okay. Das ist alles in Vorbereitung. Also das kann man sich dann hier abholen oder wir schicken es zu. Und wenn der Gewinner zum Mühlentag hier ist, kriegt er auch eine Bock, was und die Bier dazu. Na klar, auf alle Fälle. Oder eine Limo. Oder die Limo. Je nach Geschmack. Also vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Es hat mich wirklich gefreut. Ich bin das zweite Mal hier gewesen. Es ist schon lange her, wo wir das letzte Mal hier waren. Und ich kann Ihnen, liebe Zuschauer, nur empfehlen, besuchen Sie einfach mal die Herklotzmühle hier im idyllischen Tal der wilden Weißeritz zwischen Seide und Rehefeld. Es lohnt sich. Besuchen Sie den Verein zum 6. Juni zum Mühlentag. Und nächste Woche gibt es ein neues Wo bin ich? Da gibt es eine neue Frage. Also einschalten unbedingt. Und wir sehen uns dann vielleicht hier am 6. Juni. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank. Herzlich Willkommen bei Wo bin ich? Dem regionalen Radespaß bei FRM TV. Exklusiv präsentiert vom Hyundai Autohaus Diepoldeswalde. Musik Wir freuen uns, Ihnen in diesem Jahr die Sendung Wo bin ich? präsentieren zu dürfen. Freuen Sie sich auf vier schöne Fahrzeuge und vier schöne Orte in unserer Region. Musik 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 Untertitelung. BR 2018